Wir machen weiter mit einem neuen Thema, aber nicht nur mit einem neuen Thema, sondern mit einem ganz neuen Bereich. Wir haben uns jetzt relativ lange beschäftigt mit Forderungen zur Präsentation und haben da in den Bereichen Aussehen und jetzt kürzlich erst im Bereich Anordnung eine ganze Reihe von Forderungen festgestellt. Zwar haben wir die immer festgemacht an Nutzungsschnittstellen, an Computernutzungsschnittstellen, an User Interfaces, aber im Prinzip würde das meiste auch gehen, zum Beispiel für eine Folienpräsentation oder vielleicht sogar für ein gedrucktes Plakat, obwohl wir uns natürlich häufig auf Bildschirmeigenschaften bezogen haben, vor allen Dingen was so Textgestaltung angeht oder auch die Farbgestaltung, weil wir ja mit leuchtenden, selbstleuchtenden Farben hier zu tun haben. Gut, jetzt gehen wir aber auf jeden Fall einen Schritt weiter und jetzt geht es auf jeden Fall in den Bereich der Nutzungsschnittstellen, denn wir gehen weiter in den Bereich der Interaktion und fangen da jetzt in dieser Reihe an mit dem Bereich der Eingaben. Zunächst einmal möchte ich aber etwas aufgreifen, womit wir bei der Anordnung vor dem zusammenfassenden Beispiel geendet haben, denn da ging es ja um Abbildungen, also Abbildungen von Reihenfolgen und Abfolgen auf räumliche Anordnungen und davon gibt es quasi eine Eingabevariante, wenn man so möchte und das sieht dann so aus, dass bestimmte Richtungen bei Eingaben, bestimmte Bewegungsrichtungen von Eingaben übersetzt werden in bestimmte semantische, also inhaltliche Änderungen. Also schauen wir uns das mal hier an. Das kommt hier aus dem Bereich der Hardware-Ergonomie, da wurde das also untersucht. Hier geht es eigentlich um, naja, große Anlagensteuerungen, also es geht gar nicht um Software und es geht auch nicht um Computer im eigentlichen Sinne, sondern ja zum Beispiel um Steuerungen für Großanlagen in der Industrie zum Beispiel. Und da gibt es Untersuchungen, wurden Untersuchungen gemacht, die herausgefunden haben, was uns auch relativ plausibel erscheinen wird, dass, ja sagen wir mal, Reihenfolgen und Richtungen nicht beliebig sind. Und was dort herausgefunden wurde, war, dass wenn wir solche Hebel zum Beispiel haben und bewegen solche Hebel, dass eine bestimmte Richtung mit bestimmten Änderungen in Zusammenhang gebracht wird. Häufig haben wir das beim User-Interface in der Bewegung rechts, links, oben, unten auch öfter mal, vorne, hinten weniger, weil wir ja keine dreidimensionalen User-Interfaces üblicherweise haben. Zumindest betrachten wir die hier nicht im Rahmen dieser Veranstaltung. Wie sieht es aus? Was bedeutet es, wenn man etwas nach links bewegt oder etwas nach rechts bewegt? Da kann man sagen, ja, links ist eigentlich immer weniger und rechts ist immer mehr. Das heißt, nach rechts ist es lauter, nach links ist es leiser, nach rechts ist es heller, nach links ist es dunkler, nach rechts ist es teurer, nach links ist es billiger. So kann man das ja dann konkretisieren und das gleiche gilt im Prinzip dann auch für oben und für unten. So kann man das übersetzen in entsprechende Größen. Das ist also eine Übertragung von dem, was wir gerade hatten. Nun gibt es nicht nur derartige, naja, Abbildungen von oder Anlehnungen an realweltliche Nutzungsschnittstellen, also sowas wie Hebel, das haben wir ja im Prinzip, wenn wir so einen Slider haben, das geht so in diese Richtung. Oder auch manchmal werden ja Schalter tatsächlich abgebildet. Da ist es dann auch so, auf der rechten Seite ist an und auf der linken Seite ist aus. Das verdreht man besser auch nicht, das führt dann zu Verwirrungen. Manchmal ist es so, dass wir auch Abbildungen von runden Elementen haben. Und auch da gibt es natürlich schon entsprechende Untersuchungen dazu. Was bedeutet es denn, wenn ich etwas nach rechts drehe und was bedeutet es denn, wenn ich etwas nach links drehe? Und ich sage diese Dinge jetzt alle in dem Vorbehalt, dass sie zumindest für unsere Kultur hier so gelten. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob sie in anderen Kulturkreisen anders sind. Das gelte es zu überprüfen. Ich spreche also jetzt mal ganz explizit für unseren Kulturkreis hier, wo es so ist, wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel rechts ist mehr und links ist weniger. Bei Rotationen ist es dann, nach rechts ist einschalten, nach links ist ausschalten. Nach rechts ist mehr, nach links weniger. Nach rechts ist plus, nach links minus. Gut, das ist das Gleiche. Nach rechts ist höher, nach links ist niedriger. Dann vom Schrauben, rechts ist rein, links ist raus. Das sind die Rotationsstereotypen, wie das in den Untersuchungen bei solchen Anlagen, das sieht man hier auch an diesem Bild, die ganz schön gemacht wurde. Vorsicht ist ein bisschen geboten, denn diese Rotation hat so ein bisschen den Nachteil, dass sich damit eine andere Bewegung mit andeute. Schauen wir es uns in einem Beispiel mal an. Hier dieses zum Beispiel. Da würden wir jetzt sagen, wir haben hier so eine Skala von unten nach oben und wir haben ein Rotationselement und das Rotationselement drehen wir nach rechts. Man könnte sich zum Beispiel ein Radio vorstellen und vielleicht so ein hochformatiges Radio. Da ist so eine Skala dran und ein entsprechender Drehknopf. Was passiert, wenn ich jetzt den Drehknopf nach rechts drehe? Naja, dann würden wir ja wohl alle annehmen, dass jetzt diese Skala nach oben sich bewegt. Und wenn wir sie nach links drehen, wenn wir den Drehknopf nach links drehen, dann würden wir entsprechend annehmen, dass sich die Skala nach unten bewegt. Das sagt auch fast jeder so. Nur wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus? Jetzt habe ich dieses Rotationselement ganz in der Nähe von dem Anzeigeelement, also von der Skalenanzeige. Was passiert denn jetzt, wenn ich nach rechts drehe? Gut, erstmal könnten wir jetzt aus reinen Konsistenzgründen annehmen. Es wird wohl immer noch nach oben gehen. Aber lassen wir die Überlegung von gerade mal weg. Wenn ich nach rechts drehe, dann bewege ich ja irgendwie damit, also quasi, wenn man immer so will, bei mir mit dem kleinen Finger, würde ich quasi die Skala mit nach unten schieben. Und das ist natürlich jetzt hier ein Problem an dieser Stelle. Denn jetzt könnte ich annehmen, dass das nach rechts drehen dafür sorgen würde, dass ich es nach unten schiebe oder aber, dass das rechts drehen gekoppelt ist an das andere Anzeigeelement und dadurch mehr bedeutet. Das heißt, ich habe hier einen Widerspruch. Und den kann man leicht auflösen, indem man das weiter voneinander trennt oder aber dafür sorgt, dass es auf der richtigen Seite steht, dass dieses Problem nicht entstehen kann. Dieses jetzt als Vorrede quasi ein bisschen im Nachklapp zur vorherigen Überlegung der Abbildungen von Reihenfolgen und Größenänderungen, müssten wir dann jetzt hier sagen, auf Richtungen und Positionen, also jetzt hier in den Eingabebereich übertragen. Hier müssen wir also aufpassen, dass wir uns an diese Kopplungen von Richtungen und Änderungen, Größenänderungen halten, um nicht für erzwungene Sequentialitäten zu sorgen. Für erzwungene Sequentialitäten sorgen können auch noch ganz andere Dinge, um die es im Weiteren jetzt in diesen Videos gehen soll. Und dafür werden wir eine ganze Reihe neuer Forderungen aufstellen. Und die erste davon heißt Eingabeminimalität. Schauen wir mal kurz auf die Forderungen, die da stehen. Was haben wir da? Wir haben die Eingabeminimalität. Und dann kommt noch eine ganze Reihe von weiteren Forderungen hinzu, nämlich Eingabepräzision, Eingabeschnelligkeit und Eingabesicherheit. Es geht also auch jetzt, das merkt man den Forderungen schon an, immer darum, erzwungene Sequentialität zu vermeiden. Wir wollen was minimieren, wir wollen was schnell hinkriegen und das Ganze auch noch präzise und sicher. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir im Bereich der Eingabe eine Minimierung der erzwungenen Sequentialität erreicht. Man kann sich sich andersrum immer gut vorstellen. Ist die Eingabe nicht minimal, naja, dann habe ich natürlich erzwungene Sequentialität. Kann ich die Eingabe nicht präzise machen, dann habe ich erzwungene Sequentialität. Ist die Eingabe nicht schnell möglich, sondern nur langsam, habe ich erzwungene Sequentialität. Und ist die Eingabe nicht sicher möglich, da meine ich jetzt nicht Datensicherheit mit, sondern dass auch die Eingabe gemacht wird, die man auch intendiert, also nicht etwas anderes passiert als das, was man intendiert hat. Na ja, auch dann kommt es natürlich zu erzwungenen Sequentialitäten, denn dann muss man dagegen ja wieder anarbeiten. Beginnen wir mit der Eingabeminimalität in diesem Video und schauen uns zunächst mal die Definition an der Eingabeminimalität, die wir hier haben. Eingabeminimalität bedeutet, die Länge von Eingaben und die Anzahl der Handlungsschritte, die zur Erledigung einer Aufgabe nötig sind, zu minimieren. Das ist fast schon ein wenig tautologisch. Also die Definition von Eingabeminimalität ist, glaube ich, sehr, sehr einleuchtend. Das Wort an sich sagt das schon aus. Die Frage ist nur, wie schaffen wir das? Und wir haben hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie wir Eingaben minimieren können, von Eingabennotwendigkeiten verringern. Damit fangen wir gleich an, über informationslose Eingaben vermeiden. Das ist etwas, wenn wir eine Eingabe machen müssen und dabei wird überhaupt nichts Neues gesagt. Das ist natürlich immer ein unnötiger Zusatzschritt. Die Wahrscheinlichkeit von Eingabenotwendigkeiten kann verringert werden. Die Anzahl der Eingabeoptionen kann eingeschränkt werden. Und das kann hilfreich sein, um die Eingabemenge zu verringern. Die Anschlusshandlungen können erleichtert werden. Das bedeutet, dass wenn ich an einer Stelle etwas tue und dann ja im Anschluss etwas anderes tun will, dann kann ich dafür sorgen, dass diese Anschlusshandlung nicht über ganz viele Schritte erreichbar ist nur, sondern direkt eigentlich an Ort und Stelle. Und letztendlich müssen wir uns um die interaktiven Potenziale nochmal kümmern. Die sind ja bisher ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Wir hatten ja in den Grundlagen sowohl die Differenzerfahrung gehabt, als auch die Architektur der Wahrnehmung. Und das kam alles im Bereich Präsentation intensiv vor. Aber die interaktiven Potenziale, also die Potenziale interaktiver Nutzungsschnittstellen, ja, die hatten wir eigentlich jetzt noch gar nicht so richtig wieder herangezogen. Das wird sich jetzt hier aber ändern am Ende dieses Themas Eingabeminimalität. Beginnen wir mit der Liste natürlich oben. Die Eingabenotwendigkeiten verringern. Wie kann man sich das vorstellen? Ich gebe euch ein etwas konstruiertes, einfaches Beispiel. Wir denken uns, eine Anwendung und der Zweck dieser Anwendung ist lediglich, zwei Zahlen zu addieren. Man muss also zwei Zahlen eingeben und die sollen dann addiert werden. Und wir stellen uns jetzt mal ein überhaupt nicht Eingabe-minimales Beispiel vor, wie man das lösen könnte. Wir haben zunächst einmal hier dieses Feld in der Anwendung. Da ist ein Button drauf, der heißt Addition beginnen. Auf den müssen wir klicken. Dann müssen wir die erste Zahl eingeben und müssen dann auf Fertig klicken. Dann werden wir aufgefordert, die zweite Zahl einzugeben, müssen die eingeben und klicken dann wieder auf Fertig. Und dann kriegen wir angezeigt, das Ergebnis ist neun und können auf Nochmal klicken. Hier haben wir mindestens fünf Arbeitsschritte, die notwendig sind, nämlich Addition beginnen anklicken, Zahl eingeben, Fertig klicken, Zahl eingeben, Fertig klicken. Fünf. Das ist überhaupt nicht Eingabe-minimal. Das geht erheblich kürzer. Zum Beispiel so. Wir haben eine Maske und können hier beide Zahlen jeweils schon in Felder eingeben und müssen auch nie auf Fertig klicken, denn sobald wir was ändern in einem der beiden Felder, wird gleich unten die Berechnung gestartet. So, wie viele Schritte sind jetzt notwendig? Eingeben, anderes Feld anklicken, eingeben. Drei sind notwendig. Anklicken muss es nicht sein. Man kann natürlich auch mit der Tabulator-Taste wechseln. Das ist jetzt an dieser Stelle nicht so ganz das Wichtige. Also es geht auch mit drei Eingabeschritten. Die Frage ist, ginge das sogar vielleicht noch kürzer? Haben wir jetzt hier das Eingabeminimum erreicht oder nicht? Ja, es geht bestimmt noch kürzer. Dann kommt es aber darauf an, dass man unterscheidet, welche Art von Eingabe wie viel kostet. Dann müsste man sich richtige Kostenmaße überlegen, wie viel das zum Beispiel ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, gib mal beide Zahlen mit Komma getrennt ein, dann würde ich mal annehmen, ist das zumindest schneller, als wenn ich die Zahl eingeben muss, dann die Maus nehmen muss, dann das andere Feld anklicken und dann die Zahl eingeben. Die Anzahl der Schritte ist vielleicht identisch, aber die Eingabelänge beim Komma dürfte kürzer sein. Dafür hat das Komma natürlich andere Nachteile. Und wir wollen uns hier an dieser Stelle auch nicht so sehr darum kümmern, dass wir solche extremen Abwägungen hier machen und das so richtig ausrechnen. Da gibt es Ansätze für und Modelle. Aber das ist nicht unser Thema an dieser Stelle. Sondern wir müssen sowieso etwas anerkennen und das ist das, was unten hier steht. Nämlich, dass wir in realer Software, also in Software, die nicht so dumm ist wie hier diese, wo man nur zwei Zahlen addieren will, die also komplexer ist, sowieso nicht ein Minimum an Eingabenotwendigkeiten wird erreichen können. Denn das funktioniert gar nicht, denn verschiedene Leute verwenden das Programm mit verschiedenster Funktionalität für ganz verschiedenste Zwecke mit ganz verschiedenen Vorlieben und Arbeitsweisen. Das heißt, wir kriegen das nicht hin, da die eine Eingabe-minimale Lösung für zu finden. Das kann nicht erreicht werden. Was man aber machen kann, ist, man kann Teilsequenzen identifizieren, in denen überflüssige Eingabeschritte notwendig sind. Und da haben wir ja gerade eben welche gesehen. Also immer wieder das Feld wechseln zu müssen, ist zum Beispiel ein stark überflüssiger Schritt. Und immer diese Buttons klicken zu müssen auch. Und vor allen Dingen auch die Berechnung an dieser Stelle explizit starten zu müssen. Das sind Dinge, da gibt es Techniken zu, wie inkrementelle Rückmeldungen zum Beispiel, die da sehr hilfreich sind. Inkrementelle Rückmeldung kriegen wir in einem späteren Video nochmal ausführlich. Nur kurz an dieser Stelle. Inkrementelle Rückmeldung bedeutet überhaupt und auch an dieser Stelle, dass die Rückmeldung schon dann gemacht wird, während die Eingabe noch durchgeführt wird. Das heißt, wenn ich die erste Zahl eingegeben habe und dann die zweite Zahl eingebe, dann kann ich ja immer schon währenddessen mal addieren und unten das Ergebnis anzeigen und spare mir dadurch in der Eingabe für den Benutzer die Notwendigkeit, dass ich nochmal einen Button drücken muss, um diese Berechnung hier zu machen. Das ist an dieser Stelle inkrementelle Rückmeldung. Da gibt es viele Beispiele zu, über die wir später auch nochmal natürlich beispielhaft, also in einzelnen Beispielen sprechen werden. Das ist Eingabenotwendigkeiten verringern. Das ist natürlich gar nicht so einfach und bedeutet eine sehr intensive Analyse. Es gibt aber Bereiche, wo das immer sehr einfach geht und da gehört der Punkt dazu, der als nächster kommt, nämlich informationslose Eingaben vermeiden. Und wir sehen hier eine informationslose Eingabe. Dieser Knopf, wo drauf steht Addition beginnen, der hat überhaupt keinen zusätzlichen Informationsgewinn. Ich kann eine Anwendung starten und die Anwendung kann direkt in einem Zustand sein, wo ich mit ihr interagieren kann. Warum sollte ich da nochmal sowas haben? Das spricht also gegen so Ideen wie Splash-Screens, wo man also auf eine Art Willkommensbildschirm kommt. Und auf diesem Willkommensbildschirm kann man nichts anderes tun, als sagen, jetzt will ich aber wirklich anfangen. Das hat aus ergonomischer Sicht gar keinen Zweck und ist immer eine überflüssige Eingabe. Wenn das natürlich bei einer gut einer längerwierigen Software vielleicht irgendein Multimedia-Erlebnis am Anfang einmal ist und das ist dann ein zusätzlicher Klick, dann ist das in der Masse nicht so schlimm. Aber wenn sowas ständig vorkommt und wir müssen ständig diese informationslosen Eingaben machen, dann haben wir an dieser Stelle ein Problem und sollten das auf jeden Fall vermeiden. Es gibt natürlich weniger dumme Beispiele als dieses hier. Zum Beispiel dieses. Das ist sehr alt und der Screenshot ist uns irgendwann mal nur noch in niedriger Qualität erhalten geblieben. Deswegen bitte ich diese niedrige Qualität an dieser Stelle mal zu entschuldigen. Es ist nichts mit eurem Bildschirm kaputt, sondern der Screenshot ist tatsächlich so schlecht. Das ist aus einer Software, da geht es offensichtlich um Warenverwaltung und Verschicken und sowas. Solche Beispiele hatten wir ja schon öfter mal. Und dann guckt man in den unteren Bereich, der da so umrahmt ist. Naja, da wollen wir jetzt mal nicht mehr darauf eingehen. Das Thema hatten wir ja gerade erst. Stapeln hätte man hier können oder sollen. Da steht Warenbegleitschein. Man kann also einen Warenbegleitschein erzeugen lassen. Und auf der linken Seite kann man anwählen, ob man den drucken möchte oder nicht drucken möchte. Und wenn man ihn drucken möchte, dann ist auf der rechten Seite relevant, dass man sagt, ein Einzelschein, Einzelschein mit Prüftext oder ein Sammelschein. Was immer das jetzt ist, das kann uns mal völlig egal sein. Wo ist hier das Problem? Welches ist hier eine, sagen wir mal, informationslose Eingabe? Wir haben hier eine Optionsauswahl auf der rechten Seite. Und ob diese Optionsauswahl überhaupt relevant ist, entscheidet sich auf der linken Seite durch diesen einen zusätzlichen Haken. Das bedeutet, wenn ich das jetzt mal ausrechne, ich möchte einen Sammelschein haben. Dann muss ich auf Drucken drücken und auf Sammelschein drücken. Ich muss also zwei Eingaben machen. Wenn ich nicht drucken möchte, muss ich in dieser Situation jetzt überhaupt gar keine Eingabe machen. Und wenn das schon zufällig ausgewählt ist, also wie hier Einzelschein mit Prüftext, was ich auch möchte, dann muss ich genau eine Eingabe machen, nämlich bei Drucken drücken. So, diese zusätzliche Optionsauswahl, die nur sagt, ob die andere Auswahl überhaupt relevant ist, die kann man in die Auswahl integrieren, ohne Probleme, und kann damit Eingaben sparen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Und hier haben wir auch eine gestapelte Ansicht. Was haben wir hier jetzt? Einzelschein drucken, Einzelschein mit Prüftext drucken, Sammelschein drucken, nicht drucken. Aha. Wenn ich jetzt nicht drucken möchte, muss ich nach wie vor keine Eingabe machen. Wenn ich einen Einzelschein mit Prüftext drucken will, muss ich nach wie vor eine Eingabe machen. Und wenn ich einen Sammelschein drucken will, muss ich auch nur eine Eingabe machen. Ich habe also hier Eingaben gespart, einen zusätzlichen Eingabeschritt gespart. Und das ist nicht nur ein Eingabeschritt, sondern man kann sich dazu noch gut überlegen, es ist auch ein mental anstrengender Schritt. Denn diese linke Variante ist viel komplizierter mit dieser Zwei-Ebenen-Frage, die ich da ja habe. Gut, jetzt könnt ihr wieder sagen, ach ja, da habt ihr ein uraltes Beispiel ausgegraben von einer Software, wo offensichtlich ein Softwareentwickler dran gesessen hat, der besser nie was damit zu tun gehabt hätte. Aber so einfach ist das nicht. Denn diese reinen Optionsauswahlbestätigungen, die kommen auch jetzt häufig vor. Und zwar in ganz moderner Software. Zum Beispiel in Microsoft Word. Hier die Mac-Variante, die Windows-Variante sieht genauso aus. Und ich habe mal ein bisschen zurückgeguckt und bin auf alte Word-Versionen gestoßen. Also Word 6 zum Beispiel, eine der früheren Word-Versionen für Windows, noch für Windows 3.11, also von Mitte der 90er Jahre. Da sieht das genauso aus. Also optisch nicht, aber inhaltlich steht genau das Gleiche da drauf. Was ist das hier? Diese Meldung, die gibt es, wenn man ein Inhaltsverzeichnis hat in Word, ein Inhaltsverzeichnis oben eingefügt oder wo auch immer eingefügt und möchte das aktualisieren lassen. Dann gibt es zwei Optionen zur Auswahl, nämlich nur die Seitenzahlen zu aktualisieren und das ganze Verzeichnis zu aktualisieren. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, dass das ganze Verzeichnis zu aktualisieren bei einem längeren Dokument durchaus auch ein bisschen komplexer sein kann. Es muss ja das ganze Dokument abgepasst werden und dann überall die Seitenzahl entsprechend bestimmt und so weiter und so fort. Und es kann ja sogar noch dazu kommen, gerade wenn ein Inhaltsverzeichnis am Anfang steht, dass sich durch das Inhaltsverzeichnis selber das wieder ändert und dann hat man so eine Rückkopplung da drin. Es kann also ein etwas komplexerer Vorgang sein. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich heute noch wirklich relevant ist. Heutige Systeme sollten eigentlich immer schnell genug sein, das hinzubekommen. Aber diese Anzeige ist, diese Auswahl ist immer noch da. Warum auch immer. Aber gucken wir uns mal an, wie sie ist. Wir brauchen ja nicht zu hinterfragen, ob sie sinnvoll ist, sondern wir nehmen das jetzt einfach mal an, dass das sinnvoll ist. Was habe ich hier? Ich habe oben eine Auswahl, zwei Optionen und unten muss ich mich entscheiden, zwischen OK und Abbrechen. 100 Euro in die Kasse für generische Knöpfe, OK und Abbrechen. Aber ihr merkt auch schon, ich kann auf den OK-Knopf irgendwie gar nicht viel Sinnvolleres draufschreiben als OK. Ich könnte höchstens sagen, mach es oder wirklich oder sowas. Und bei Abbrechen, ach nö, doch nicht. Das ist genau wieder diese Auswahl. Das heißt, ich wähle mit dem OK-Knopf oder mit dem Abbrechen-Knopf nur aus, ob die Auswahl oben überhaupt relevant ist. Und auch hier kann man das einfach vermeiden. Man könnte das einfach weglassen und könnte die drei Optionen, die es hier gibt, einfach direkt darstellen. Und ich habe mir hier mal es erlaubt, noch einen etwas komplexeren Text hinzuschreiben, der beschreibt, was eigentlich das Problem ist, also warum eigentlich das Inhaltsverzeichnis überhaupt aktualisiert werden muss. Naja, und dann machen wir drei Knöpfe und auf die drei Knöpfe schreiben wir einfach drauf, was passiert oder welche Auswahlmöglichkeiten man hat. Cancel wäre jetzt hier also gar nicht aktualisieren, hätte man auch drauf schreiben können. nur die Seitenzahlen aktualisieren oder die ganze Tabelle aktualisieren. Es ist genau das gleiche Beispiel in einer nicht ganz unbedeutenden Software. Eine andere Software, die vielleicht viele von euch sogar nutzen, ist die Software VirtualBox, also eine virtuelle Maschine, eine Umgebung für virtuelle Maschinen, wo man dann zum Beispiel auf einem Mac ein Windows laufen lassen kann oder auf einem Unix ein Windows oder wie auch immer, was eine virtuelle Maschine ist, wisst ihr sicher selber. Und da gibt es auch ein entsprechendes Machwerk, wenn ich das mal so sagen möchte, das zu sehen ist, wenn man in einem Fenster laufende virtuelle Maschine schließt, dann wird man nämlich gefragt, was man eigentlich machen möchte. Es gibt dann ja mehrere Möglichkeiten. Man könnte ja einfach diese virtuelle Maschine auch virtuell einfach ausschalten, hart ausschalten. Man könnte diese virtuelle Maschine herunterfahren lassen oder man speichert einen Schnappschuss des Speichers ab der virtuellen Maschine und dann kann man die virtuelle Maschine genauso wieder starten, wie man sie verlassen hat. Das ist natürlich sehr praktisch bei virtuellen Maschinen. Und dann kriegt das diese drei Sachen angeboten hier auf diese Art und Weise, wie das hier zu sehen ist. Da steht oben erst mal You want to. You want to ist ja nun wirklich absolut sinnfrei. Das hätte man sich auch gänzlich einfach sparen können. Oder man hätte zumindest mal einen Hinweis machen können, was die Auswahl ist, also was man machen soll. Also bitte wählen Sie oder sowas. Aber nicht You want to. So, dann haben wir drei Punkte zur Auswahl und unten haben wir wieder die Bestätigungsauswahl. Okay und Cancel. Genau das gleiche wieder. Und wenn ihr mal schaut, dann werden euch solche Beispiele durchaus öfter unterkommen. Und auch hier kann man einfach umbauen. Man könnte einfach das so umbauen, wie es auf der rechten Seite zu sehen ist. Da ist zu sehen, your virtual machine is still running. You have the following options. Da ist erst mal eine Einführung darin, was überhaupt das Problem ist. Da sprechen wir bei Rückmeldung nochmal drüber. Auf der linken Seite ist nämlich gar nicht klar, warum das überhaupt erscheint. Also kein Feedback. Werden wir das später nennen. Naja und dann habe ich mehrere Möglichkeiten und da steht dann drin Save Machine State, Send Shutdown Signal, Power of Machine und Return to Virtual Machine. Das ist also quasi unten der Cancel-Fall. Also ich möchte gar nichts davon machen. Na, also warum denn nicht auf diese Art und Weise, sondern stattdessen auf diese komplizierte Art und Weise mit dieser Auswahl, die man dann nochmal zusätzlich bestätigen müsste. Es ergibt keinen Sinn ergonomisch. Es ist einfach Eingabe-technisch, Eingabe-Minimalitätstechnisch ein Schritt zu viel und auch mental komplizierter. Also nicht notwendig. So viel zunächst einmal an dieser Stelle und im nächsten Video lernt ihr weitere Techniken zur Eingabe-Minimalität kennen.